Dann begrüße ich euch recht herzlich zum nächsten Test meiner Klasse 1 Serie. Heute mit dem Artikel Magma von Leslie Feuerwerk. Das Ganze sind zwei Fontänen, Bruttogewichtsmasse ca. 56 Gramm. Ansonsten nochmal auf einer anderen Sprache. Und das sind die guten Dinger. Ziemlich grottige Litze ist mir aufgefallen auf den ersten Blick. Finde ich ziemlich schade. Da seht ihr es. Unten ziemlich hohl und auch ansonsten relativ weich verarbeitet. Aber nun gut, das kann ja auch alles täuschen. Wir schauen uns die guten Dinger mal an. Ich muss sagen, ich habe bislang wenig Leslie Produkte der Klasse 1 gehabt und bin relativ gespannt. Also bis gleich. Gut. Und da. Gut. 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 Vielen Dank.